Hey, warte doch kurz! Ich habe was zu verkünden. Und zwar, ihr müsst unbedingt am Freitag, den 18.10. im Wiener Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus vorbeischauen. Da ist nämlich eine Open Mic Night. Und ich darf eine der fünf Acts sein, die euch durch den Abend begleiten. Wer ich überhaupt bin? Mein Name ist Chiara Marie, ich bin 19 Jahre alt und Sängerin, Songwriterin und Violinistin aus dem wunderschönen Niederösterreich. Wenn ihr wissen wollt, was euch bei mir in etwa erwartet, schaut euch das Video zu Ende an, denn jetzt kommen ein paar Einblicke. Mehr möchte ich nicht verraten, da müsst ihr schon selber kommen. Aber ich würde mich sehr freuen, euch zu sehen. Bis dann!